Hallöchen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen zurück bei einem neuen Daily Video. Yes, ich war beim Priseur. Fällt auf, oder? Heute sind wir in der Sächsischen Schweiz im Elstrandsteingebirge und schauen mal, was wir heute hier so sehen werden. Es ist auf jeden Fall schon ziemlich beeindruckend hier, interessant. Mal gucken, ob es noch besser wird. Es wird langsam grün. Es wird ein Kudekspit. Ich habe einen kleinen Kudekspit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ui, bin geschafft! Untertitelung des ZDF, 2020 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 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 55, 56, 57, 58, 59, 60. 97, 98, 99, 100, 29, 130, 1, 6, 7, 8, 9, 150, 6, 7, 8, 9, 200, 1, 2,60, 1, Enden sich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 270. 1, 2, 3, 4, 274, 275, 276, 277, 278 Stufen dort hoch. Wow. Das sieht hier noch voll komisch aus. So noch überall die Kanten vom Färben. Die müssen erst weggewaschen werden. Ich habe gerade gerätselt, was dort da rumsteht für Tiere. Und dann ist uns aufgefallen, da drüben ich den Bogen schützen. Das ist Ziel. Zielscheiben und ja, Ziele. Endlich was zu essen. Das sind schon wieder so eine Fake-Tiere. Guck mal, das Dach von der Scheune. Oh, wie alt die ist. Das ist wieder so ein, wie wir gestern hatten, so ein typischer Lost Place, der voll gruselig ist. Voll gruselig. Vor allem das Dach ist der Hammer. Es fällt schon zusammen. Passt. Das ist ein, wie ich es schätzt. Das ist ziemlich gott. Wenn wir hier zugrehen, fühlen, was zum Rennen schätzt. Als ich wenn es da, schätzt, würde ich an, das hab, woher schürf. Das ist sehr schön. Es sind ganz gut. Nied ist es. Ja, ich habe jetzt aus. Ich bin, wie immer noch einmal mit dem Lernen. Ich bin, wie immer noch die. So ihr Lieben, ich bin hier zu Hause, das war heute ganz schön anstrengend, dementsprechend sehe ich auch total K.O. aus und ja, das war heute ein etwas ruhigerer Vlog mit heute recht wenigen Gequatschen. Dafür wird es die nächsten Tage wieder spannender. Also bleibt auf jeden Fall dran. Gebt dem Video gerne ein Däumchen nach oben oder schreibt einen Kommentar. Mit etwas Glück werdet ihr dann im nächsten Video erwähnt, eingeblendet. Abonniert den Kanal, das ist kostenlos und ihr passt nichts mehr. Denkt an die Verlosung, die immer noch läuft. Diese findet ihr auch auf meinem Kanal unter den letzten Videos. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!